hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von spiel mit mir kinderspielzeuge heute haben wir die feenprinzessin barbie mariposa die ganz zufällig prinzessin elsa von arendale trifft oh hi barbie schön dich hier zu treffen wie geht's dir denn so oh hi elsa mir geht's ganz okay und dir mir geht's gut wieso denn ganz okay das klingt irgendwie so bedrückt stimmt irgendwas nicht naja ich hatte ein bisschen pech in letzter zeit pech wieso denn pech was ist denn passiert naja ich habe was verloren was verloren was denn dein portemonnaie schmuck dein schlüssel nee viel viel schlimmer sie doch mal oh nein barbie wo sind denn deine feenflügel hin das meine ich ja ich habe sie verloren oh barbie das tut mir sehr leid für dich keine ahnung was ich jetzt machen soll ach barbie die finden sich bestimmt wieder an lass den kopf nicht hängen meinst du ja klar ach barbie ich versuche dich ein bisschen aufzumuntern okay wie denn elsa wir werden uns was schönes zum anziehen holen und heute abend schön gemeinsam weg gehen wie findest du das meinst du ja klar ein bisschen ablenkung tut dir sicherlich gut so hier sind wir also na hast du schön was gesehen was dir gefällt ich finde das lila da vorne eigentlich ganz schön ja dann probier das doch mal an barbie da steht ja bestimmt richtig toll und wie sehe ich aus du siehst super aus allerdings eine kleinigkeit stimmt da nicht so ganz ach so ja ich habe noch meine feenschuhe an keine sorge barbie das kriegen wir auch noch hin und eine passende handtasche finden wir auch noch und was sagst du elsa ich glaube ich bin komplett kleid handtasche und andere schuhe habe ich jetzt auch aber was ist mit dir elsa du hast ja noch dein prinzessinnen outfit an wir wollen doch feiern gehen oder ach ja stimmt ja ich denke ich werde das silberne da vorne nehmen und dann können wir auch schon losziehen so ich bin jetzt auch fertig barbie wollen wir dann losziehen ja klar gerne dann kann die party ja starten wow elsa da hast du aber einen richtig schicken laden ausgesucht und die dj richtig cool ja dann lass uns mal tanzen so cool dass du mich mitgenommen hast elsa danke mir geht schon viel besser aber kein problem das mache ich doch gerne siehst du barbie du bist auch ohne deine feenflügel eine richtige prinzessin danke elsa das hast du lieb gesagt wenn euch das video gefallen hat gibt mir doch einen daumen hoch lasst mir einen netten kommentar da und vergesst nicht den kanal zu abonnieren darüber würde ich mich natürlich sehr freuen wir sehen uns dann beim nächsten mal tschüss